Letztes Mal, als ich hier in der Bar gesaßen habe, da kommen Leute, die sagen, ich hab noch einen Witz für deine Show. Nein, mach das bitte nicht. Geht nicht zu Comedians hinterher und erzählt den Witz. Macht das nicht. Das ist wirklich der Schlipp. Wir werden alle depressiv, wenn ihr sowas macht. Hört auf damit. Wirklich. Die Leute erzählen Witze, die sind so schlipp. Das kann man nicht erzählen. Letztens. Da kommt dieser Typ, der sagt, das ist ein guter Witz für deine Show. Ich denk, was denn, da kommt ein Mann auf einer Brücke, da steht eine Frau, die will sich umbringen. Ja, das fängt ja super an. Das ist genau ein Witz für mich. Ja, die will da runterspringen. Dann kommt der Penner da lang und sagt zur Frau, wollen Sie da runterspringen? Ja. Ja, da können Sie doch vorher noch mal mit mir schlafen. Natürlich nicht. Gut, dann warte ich unten. Ist das ekelhaft. Das ist doch ekelhaft, oder? Wie kann man so, wieso erzählt man sowas, als würde ich sowas im Fernsehen erzählen?